Moin Moin, Miro hier. Heute mal wieder im Homeoffice und ich zeige euch, wie ich meine Deckenbeleuchtung abgegradet habe und was das für positive Effekte sowohl aufs Arbeiten als auch natürlich aufs Film hat. Und das habe ich gemacht mit dieser Glühbirne hier, mit der LED von Sansi. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich die noch vorstellen würde, wenn sie mir gefällt und das tut sie. An der Stelle vielen Dank an den Hersteller, die haben mir die kostenlos zur Verfügung gestellt und ich werde die auch ein kleines bisschen vergleichen mit der Vorgängerin hier von Ikea und man sieht schon, die Sansi ist um einiges größer und das hat auch ein bisschen was mit der zusätzlichen Leistung zu tun. Aber mal ganz kurz, ich habe die Deckenlampe hier kahl gelassen. Ich mache euch mal ein Foto, dass ihr das sehen könnt. Deshalb filme ich auch gerade mit der Action Cam und nicht mit meiner normalen Kamera, damit ich hier ein bisschen zoomen kann. So sieht das also jetzt gerade aus, damit ihr euch das mal vorstellen könnt. Und wenn ich noch ein bisschen rein zoome und etwas abdunkel hier. Ja, man sieht, dass die LEDs hier drin ganz anders angeordnet bzw. ganz anders sichtbar sind als bei der Lampe hier von Ikea. Da ist eben noch so ein kleiner Diffusor davor, da das Licht ein bisschen bricht. Das könnte man aber natürlich auch bei der Lampe hier oben machen. Einfach mit einem Lampenschirm, zum Beispiel diese runden Papierschirme. Das wäre auch ganz gut. Das bricht das Licht dann ein bisschen und macht es etwas weicher. Das sieht schön auf der Haut aus und auf fotografierten Objekten. Und ihr seht das jetzt. Ich habe jetzt natürlich, wenn ich das Licht hier ausmache, ich habe hier noch die Ringlampe stehen, dann habe ich hier so hässliche Schatten unter den Augen. Aber jetzt muss ich nur noch zwei Lampen aktivieren, um filmen zu können. Was für mich ganz wichtig ist, denn dadurch habe ich eine große Zeitersparnis bei der Arbeit und auch im Hobby. Vorher musste ich rechts und links immer die LED-Strahler anmachen und damit die Lampe ausleuchten und die Ringlampe auch noch. Und dann habe ich manchmal vielleicht noch die Denkenlampe dazu genommen und jetzt einfach nur noch Schalter an und das Licht hier von der Ringlampe an. Und die steht hier sowieso immer aufgebaut, denn die ist gleichzeitig auch mein Kamerastativ. Also für mich ein großer Vorteil. Es geht dann einiges schneller, das aufzubauen. Und ein kleiner Nachteil, den diese Glühbirne hier hat, die ist ein kleines bisschen weniger farbecht. Also hat nur ein CRI-Wert von 80. Das ist nicht so super viel. Die IKEA hat einen CRI-Wert von 90. Das ist ein bisschen besser. Aber das fällt für mich nicht so ins Gewicht, denn ich filme ja hier nur kurz mich selbst und mache vielleicht ein paar Aufnahmen von irgendwelchen Produkten. Aber da geht es nicht darum, dass die genauso aussehen auf dem Foto oder auf dem Video wie in der Realität. Ich muss nur nahe drankommen. Ich bin ja kein Profi. Und dementsprechend ist mir an der Stelle viel wichtiger, dass die Lampe viel effizienter ist. 22 Watt, 3000 Lumen. Das ist extrem hoch von der Leistung. Versus bei der IKEA-Lampe 16 Watt und 1521 Lumen. Das ist nicht ganz so gut. Und wir haben hier auch noch eine Farbtemperatur, die für mich besser geeignet ist. Hier haben wir 5000 Kelvin. Das heißt, wir haben hier so Tageslicht von der Farbtemperatur. Und hier haben wir eben 2700 Kelvin. Das ist so orange vom Licht her. Und das hat für mich zwei Vorteile. Erstens, ich muss nicht so viel am Weißabgleich in der Kamera machen. Geht also schon wieder schneller und es passt auch besser zu meiner Ringlampe und den anderen Lampen, die ich so habe. Und es macht einen auch verdammt wach. Also die orange Glühbirne ist natürlich ein bisschen angenehmer anzuschauen oder LED. Aber hier eine halbe Stunde anmachen beim Arbeiten und ich bin hellwach und sehr konzentriert. Und habe dann auch meistens noch eine Stunde danach. Gut, ich muss keinen Kaffee trinken, gar nichts. Und diesen Effekt habe ich jetzt bei der orangen LED nicht so gehabt. Also ich habe hier quasi eine Tageslichtlampe an der Decke. Ja, und das sind für mich auch tatsächlich die Hauptvorteile. Der Nachteil mit der Farbechtheit fällt für mich nicht so doll ins Gewicht. Und ich habe damit meine Lampenfassung mit den 22 Watt auch komplett ausgelastet und ausgenutzt. Ich habe von Sansi, die mir die Glühbirne hier bzw. die LED ja gesponsert haben, auch noch einen kleinen Rabattcode für euch mitbekommen. Den packe ich euch unten in die Videobeschreibung, genau wie einen Link hierzu. Gibt auch noch andere Beleuchtungsmittel von denen, auch verschieden stark von der Leistung. Ich finde den Preis okay, wenn man bedenkt, sagen wir mal, ihr wollt zu Corona-Zeiten nicht zu Ikea rein. Dann kostet die 5, 6 Euro online plus 4 Euro Versand, also 10 Euro. Und die hier, da gibt es die im Zweierpack für 30 Euro. Das klingt erstmal viel. Aber ich habe mir überlegt, im Prinzip sind das dann ja 15 Euro pro LED versus 10 beziehungsweise 14 Euro. Also ungefähr das Doppelte. Aber dafür ist die auch viel energieeffizienter und wie ich finde auch viel praktischer. Zumindest für meine Zwecke. Also für mich wäre es das durchaus wert, würde ich mir auch so kaufen. Also schaut einfach mal selbst rein. Ich glaube es ist ein 15% Rabattcode, aber keine Versprechung. Dann ist es noch ein kleines bisschen günstiger und Versandkosten, die entfallen auch. So viel zu der LED hier. Ich wollte das Video eher kurz halten, weil ich denke, das wird jetzt nicht alle interessieren. Aber mir hilft die auf jeden Fall sehr. Ich muss mich jetzt erstmal gar nicht mehr um Beleuchtung kümmern. Wenn ihr kein Interesse mehr an Beleuchtung habt, vollkommen in Ordnung. Wenn schon, könnte ich zum Beispiel auch die Ringlampe für euch mal vorstellen. Oder ich bin auch offen für andere Dinge, Kamerarucksack, Stativ, Funkstrecke vom Mikrofon hier, mein Mini-Vlogging-Setup mit der Action Cam. Oder vielleicht auch, was ich hier mit meiner Sony Alpha 6400 angestellt habe, um die zu personalisieren. Ist aber auch okay für mich, wenn ihr schreibt, dass ihr gar nicht so ein Interesse habt an den Kamerasachen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, worauf ihr Bock habt. Und dann schaue ich, ob ich Autos drauf habe. Gut, das war es von mir. Grüße aus dem Norden.